Yo, 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 Freunde! Bevor das Video losgeht, ihr wisst ja, ich stelle euch jeden Morgen den neuen Fortnite-Shop vor. Falls ihr in Zukunft keine neuen Skins mehr verpassen wollt, oder zum Beispiel den Goo Trooper, der jetzt die nächsten Tage wahrscheinlich reinkommt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann aktiviert unbedingt die Glocke, also einfach kurz runterscrollen, natürlich ein Abo da lassen, und dann neben dem Abo-Button diese kleine Glocke anklicken und auf alle Benachrichtigungen stellen, damit ihr nämlich immer die Benachrichtigung bekommt, weil sonst selektiert YouTube das irgendwie so aus. Die nächsten Tage kommt safe der Goo Trooper raus, wenn ihr das nicht verpassen wollt, aktiviert schnell die Glocke und stellt es auf alle Benachrichtigungen. Nur, um dann ganz sicher zu sein, ich mache euch auf jeden Fall wie jeden Morgen das Video und dann würde ich sagen, let's go! So, yo, Freunde! Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video! Wir schauen uns... Oh, er ist da! Endlich, Leute! Wir schauen uns gemeinsam den neuen Fortnite-Shop an! Alter, endlich ist dieser Skin da! Ich habe die letzten Tage darauf gewartet, der wurde... Ich weiß gar nicht, wann wurde der geleakt? Vor einigen Tagen auf jeden Fall wurde der geleakt und ich habe mich so sehr auf diesen Skin schon gefreut. Und endlich ist der da! Eigentlich der coolste Halloween-Skin dieses Jahr. Ich mache mal ganz kurz hier die... Oh... So, die ganzen Einstellungen auf Episch, dass wir uns den auch in voller Epischness... Epischness? In... In voller Epicness anschauen können. Es ist einfach das Großmaul und es hat so einen riesigen Mund logischerweise mit so einer riesigen Zunge dran. Und es hängen noch so ein paar Kröten an ihm hier an der Seite dran und im Rücken... Und im Rücken... WTF? Was ist das bitte für ein Backpack? Alter, ey! Die Frosch-Versammlung! Also, ich finde, das ist ein richtig crazy Skin und den werde ich mir auf jeden Fall hier direkt mal kaufen. Weil, wie gesagt, ich habe auch schon auf den gewartet. Dazu habe ich schon gesehen, gerade gibt es noch eine Hacke... Knirscher. Und diese Augen sehen ja mal mega creepy aus. Hören wir uns mal den Sound an. Okay. Immer so ein bisschen unterschiedlich. Gefällt mir. Aussehen ist natürlich auch ziemlich heftig. Und dann noch die Verschlinger-Lackierung. Die schaut echt eklig aus. Aber passt ja zu Halloween. Ich würde sagen, coole animierte Lackierung. Die Animation ist leider jetzt nicht so besonders stark. Aber schaut auf jeden Fall mal anders aus, als die 3 Millionen Lackierungen, die wir jetzt haben, die eh nicht ausschauen. Ich glaube, genau, das war das letzte aus dem Set. Was haben wir heute noch so drin? Oh, eine neue Lackierung auch noch. Erstmal hier die Arachnischnee. Auch schon eine Weile nicht mehr im Schock gewesen. Ziemlich coole Skins. Auch der männliche. Erstmal die Hacke, die dann so zu leuchten beginnt. Und auch der... Nein, immer noch nicht. Der Flugweber, diese Spinner. Auch sehr cool. Und was? Der männliche ist gar nicht drin. Alter, was ist ein Scam? Stimmt, das sind nur 3 Items hier. Schade. Okay. Aber auf jeden Fall auch die anderen 3 Sachen sind sehr cool. Und der männliche Skin, der wird bestimmt die Tage dann jetzt nochmal reinkommen. Von gestern sind auch noch die 8, ich würde gerade 4 sagen, die 8 Fußball-Zombies drin. Einmal hier die 4 weiblichen, die übrigens alle hier diesen Backpack haben mit dieser roten Karte. Und wenn man einen gekauft hat, dann kostet der Rest nur noch 800 Webergs. Also man zahlt den Backpack dann nicht mehr mit. Das gleiche gilt auch für die 4 männlichen Skins, die so einen Fußball mit Mund haben. Auch ziemlich heftig. Da habe ich mir bisher nur eine weibliche Variante geholt. Aber ich habe die gespielt und bin eigentlich sehr zufrieden. Damit kann ich euch empfehlen. Kommen wir dann jetzt schon zur rechten Seite. Wie auch gestern und die letzten 590 Tage, die ich hier schon in der Shop-Video mache. Also lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Wir haben gestern im Früh über 6300 Daumen nach oben geschafft. Mega, mega heftig. Vielen Dank dir für euren Support. Und jetzt schauen wir uns an Netz der Witwe. Ebenfalls eine animierte Lackierung. So eine Spinnlackierung. Es ist so ein bisschen Spider-Man-Style, um ehrlich zu sein. Wenn da jetzt noch blau drin wäre, dann wäre das halt sowas von Spider-Man. Aber so, schaut schon ganz cool aus. Animation ist jetzt auch nicht so mega krass. Obwohl, sie ist eigentlich schon ganz gut, ja. Sie ist okay. Kann man, kann man nicht meckern. Also auf der Piste schaut es sogar gut aus oder so. Ich glaube, die könnte man sich durchaus holen. Muss ich mir mal überlegen. Dann Auferweckt auch ein richtig geiler Emote. Für 800-Wiebergs hier direkt mit dem, dem Großmaul. Es sieht so, es sieht so crazy aus einfach. Der Skorpion-Skin. Für 800-Wiebergs schon preiswertes Skin. Mal wieder Kuckuck drin. Mit diesem Backpack hier aus Luftballons. Dann noch die Baltrix. Ein Emote für 500-Wiebergs. Und als ist es noch das Lufthorn. Du-du-du-dum. Was immer so unterschiedlich ist. Genau. Für 200-Wiebergs kann man sich auf jeden Fall holen. Das war es dann zum heutigen Fortnite-Shop. Wenn ihr in Zukunft keine neuen Skins mehr verpassen wollt. Auch den Goo Trooper nicht. Der jetzt hier die Tage rauskommt. Dann lasst jetzt schnell ein Abo da. Einfach jetzt mal schnell runterscrollen. Und auf Abonnieren klicken. Und auch unbedingt die Glocke aktivieren. Und auf alle Benachrichtigungen stellen. Damit ihr nämlich auch sofort eine Benachrichtigung bekommt. Wenn halt der Goo Trooper zurückkommt. Und hier auf die Endkarte blende ich euch noch mein Video von gestern ein. War ein ziemlich lustiges Video. Ich habe blind Fortnite gespielt. Ihr könnt einfach mal hier draufklicken. Dann kommt ihr direkt zum Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und ja, bis dann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.